Radio Rabi ist eine interessante Radio, weil viele Kulturen, viele Sprachen können hier Sendungen machen. Ich habe in meinem Land auch bei Radio gearbeitet. Das ist sehr interessant für mich. Ich habe als Tontechniker in Afghanistan vier Jahre gearbeitet. Zuerst war meine erste Motivation für Wachsmundi arbeiten. Und nachher habe ich von meinen Kollegen gehört. Und nachher komme ich in Wachsmundi. Und ich bin seit ein Jahr bei Wachsmundi. Ich bin seit zwei Jahren in Wachsmundi. Wachsmundi interessiert mich, weil Wachsmundi viele Sprachen, viele Kulturen hat. Und ich kann Radiosender machen, zum Beispiel Arabisch oder Englisch. Und auch im Radio Rabi habe ich Deutsch gelernt. Und das ist super für mich. Wir sind nicht nur ein Radio sind. Wir sind wie eine Familie. Ich habe viel schon, ich habe viel gelernt in Wachsmundi. Von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen. Und jetzt, wir sind im zweiten Jahr von Wachsmundi. Und wir haben Speaker Corner in City. Ich lade euch für eine Veranstaltung. Speaker Corner in Waisenhafter Palaz. Am Samstag, 11 Uhr bis 18 Uhr. Bitte kommen Sie. Komm dabei und sage, was du immer in der Schweiz sagen willst.